Man zahlt Ehrensolde, denn Verrat am höchsten Staatsamt biegt man auf in Gold. Nicht etwa in Silberlingen, denn das steht doch im Verhältnis. Für 600 Tage Ärgernis, da kriegt man lebenslänglich schlappe 200.000 Euro jährlich Ehrensolde. Denn Verrat am höchsten Staatsamt biegt man auf in Gold. Nicht etwa in Silberlingen, denn man in der Politik ist, hat man nie private Gründe. Das ist immer rein politisch, denn es geht hier schlussendlich um, wie Kunde eröhren sollt. Schon der König nie das machte, auch aus scheiße Gold. Das liegt mir auch in den Fingern, irgendwer wird sich schon finden zum Begründen und Bezeugen. Denn wo Recht ist, ist ein Anwalt und der wird das Recht schon beugen Richtung Queren sollt. So ein bisschen Extra-Kohle ist, man nie abholt. Gerne auch steuerfrei und unverzeugt. Mein Ehrensold, mein Ehrensold, wenn jemand schmult. Egal wo andere, unberollt. Mein Ehrensold, mein Ehrensold, mein Ehrensold.